Das Jahr 2099. Im Feuerorgan atomarer Sprengköpfe versank eine einstmals blühende Stadt. New York. Die wenigen Menschen, die überlebt haben, sind ohne Zukunft. Sie haben noch 10 Sekunden Zeit, sich den Entseuchungskommandos zu stellen. Wer nicht freiwillig rauskommt, wird erschossen. Ich wiederhole, bei Widerstand wird geschossen. Fireflash. Der Tag nach dem Ende. Sie müssen versuchen, in die Stadt zu kommen. Bringen Sie uns diese Frau. Bringen Sie sie uns lebend. Ein mörderischer Auftrag. Im Tod. Wer braucht seinen Kopf nicht mehr? In die Stadt hineinzukommen, dürfte euch gelingen. Nur das Herauskommen ist so gut wie unmöglich. Du hast dir deine Leiden selbst zuzuschreiben. Ein Wort von dir und ich schenke dir die Freiheit. Sage uns die Wahrheit. Woher kommst du? Was sind deine Pläne? Sprich und du bist frei. Ich weiß, wo du das, was du suchst, findest. Dann sag's mir, los. Vielleicht. Du bekommst, was du willst. Da sind sie! Oh, 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 oh. Wenn wir diese Männer nicht fassen, wird eine Katastrophe über uns hereinbrechen. Verstehst du das nicht? Es geht los. Fire Flash. Der Tag nach dem Ende. Gajana. Wenn es auf unserer Welt Liebe gäbe, dann würde ich dich lieben wollen. Aber ich glaube, diese Gefühle sind sinnlos geworden. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn langsam töten. Jetzt weiß ich es. Du bist ein Replikant. Bis hier war das alles bloß ein Kinderspiel, aber jetzt wird es verdammt ernst. Fire Flash. Der Tag nach dem Ende.